Kommen wir nun zu JSON, JavaScript Object Notation. JSON lässt sich kurz und knapp erläutern. Versprochen, diesmal wären es nur drei Minuten. Es ist leichtgewichtig, nicht so geschwätzig und sperrig wie XML. Textbasiert, UTF-8, Zeichen kodiert. Es ist sprachunabhängig, auch wenn J für JavaScript steht. Alle moderne Sprachen verarbeiten JSON-Objekte, können diese parsen oder eigene Objekte nach JSON stringifizieren, also in Zeichenketten umwandeln. Es ist das Datenaustauschformat der Wahl zwischen Client, Browsern und Servern. Wie Sie bei Snobber in der Analyse mit Firefox und Firebug gesehen haben, ist dort überall mit wenigen Ausnahmen der MIME-Type, Internet-Media-Type-Application, JSON verwendet. Auch diesen Namen sollte man gehört haben und auch zuordnen können. Douglas Crockford hat 2006 dieses Austauschobjekt oder sagen wir mal die Notation für ein solches Objekt in einem RFC-Standard definiert. Von der Internet-Engineering-Taskforce, IETF, gibt es eine zweite Überarbeitung dieses Standards. JSON ist eine Untermenge von JavaScript oder offiziell heißt es ja ECMAScript 262 und kann also sehr leicht und ohne Strukturbrüche von JavaScript-Applikationen verarbeitet werden. Wir schauen uns gleich auch die Syntax und die möglichen Strukturen dieses Datenaustauschformates an. Sie sehen oder wissen es vielleicht auch schon, das ist alles sehr einfach gehalten. Mit zwei Methoden auf dem Window-Objekt des Browsers lassen sich JSON-Objekte in JavaScript umwandeln, JSON.parse oder JavaScript-Objekte in JSON-Objekte, JSON.stringify. Diese Seite genügt, um die Syntax zu erläutern. Sie sehen, mit JavaScript-Kenntnissen ist hier nicht viel an Arbeit zu erledigen. Wir haben entweder als äußerste Struktur ein Objekt, beginnend mit geschweiften Klammern oder ein Feld, Array, geordnete Liste, beginnend mit der eckigen Klammern. Und im Objekt jeweils ein Paar aus einem Schlüssel in String-Notation und einem Wert, der JavaScript-spezifisch hier noch erläutert ist. Wobei in dieser Darstellung der Wert auch wieder vom selben Typ sein kann. Also Objekte können Objekte umfassen, sind also baumartig aufgebaut und das gilt für Arrays und Mischformen aus all dem. Es gibt im Internet einen Online-Editor bei jsoneditor-online.org und dort lässt sich ein JSON-Objekt einfach aufbauen bzw. validieren auf Einhaltung der Syntax.